Seien wir ehrlich, der gestrige Handelstag war eigentlich strunzlangweilig und meistens nutze ich dann die Gelegenheit, um Ihnen etwas anderes zu erzählen, eine andere Perspektive zu zeigen. Gestern zum Beispiel Marke Flüster, die These vertreten, dass man sich von dem Allzeithoch, das der DAX gestern erreicht hat, nicht täuschen lassen sollte über den inneren Zustand nicht nur Deutschlands, sondern Europas. All das täuscht darüber hinweg, dass wir eine wirklich immense Krise haben, die letztendlich durch die Notenbanken zugeschüttet wird. Es wird eine Illusion erzeugt, eben indem man ganze Sektoren am Leben erhält, indem der Staat immer weiter ausgreift. Und vielleicht wird man dann später bald von dem sogenannten Spätkapitalismus sprechen, also einer Ära, in der die grundsätzliche Wirtschaftsstruktur eigentlich erhalten bleibt, nämlich der Kapitalismus. Auf der anderen Seite wir eine Art Nanny-Staat haben, eine Art Kindermädchen-Staat, der sich um alles und nichts kümmert, der immer weiter ausgreift, der immer mehr Menschen ernähren muss, der immer weniger freie, wirklich freie Märkte ertragen und vertragen kann. Denn diese freien Märkte würden dann ganz klar signalisieren, da ist innen was hohl und faul. Das kann nicht sein, das darf nicht sein und so schleppen wir uns immer weiter. Man kann, und das ist das große Problem an dieser ganzen Geschichte, letztendlich die ökonomischen Zyklen, Boom, Bast, Rauf, Runter, Hochkonjunktur, dann wieder eine Art Bässe, eine Rezession, all das kann man nicht mehr zulassen, darf man nicht mehr zulassen, will man nicht mehr zulassen. Man tut immer so, als würde die Welt untergehen, wenn es uns mal ein bisschen schlechter geht. Das sind aber eigentlich normale Aufs und Abs, die wollen wir nicht mehr zulassen. Und hier zum Beispiel ein Artikel auf Bloomberg, der hier sagt, das ist jetzt das Typische eben, was wir uns nicht, was in dieser Phase des ultralachsen Geldmanagements durch die Notenbanken hier der Fall ist, dass es gar kein Auf und Ab mehr gibt. Es gibt kein Boom, es gibt keine Rezession mehr, all das ist gewissermaßen zugeschüttet und eliminiert. Aber wir sehen dann ab und zu so kleine Kapitalmarktkrisen aufblitzen. Warum sehen wir das? Weil eben durch diese ultralachse Geldpolitik ein paar Spieler am Markt die Risiken maßgeblich überdehnen. Einer davon ist Elon Musk, Cathie Wood wäre zu nennen. Und natürlich Archegos oder Archegos, wie man auch immer sagt. Und jetzt ist hier zum Beispiel ein hochinteressantartikel erschienen auf CNBC, dass morgen Stanley nochmal schnell 5 Milliarden an diesen Aktien, die mit Archegos verbunden sind, verkauft hat. Und zwar schon am Donnerstag. Und zwar ist das so gelaufen, wie damals in dem Film Margin Call die Bank hat entdeckt, da ist ein riesiges Problem. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir die Ersten sind, die unsere Position hier auf den Markt werfen. Also hat man die Händler der Bank angewiesen, ruft mal ein paar Hedge Funds an, denen werden wir diese Aktien verkaufen. Genau das Muster, das wir damals oder das in diesem Film Margin Call auch wunderbar zur Geltung kam oder das hier so wunderbar behandelt wurde. Und diese Hedge Funds, die nehmen normal sehr gerne Geschichten wahr oder Angebote wahr von einer Bank wie Morgan Stanley, die im Tech-Bereich führend ist, was Tech-Aktien führend ist zum Beispiel. Da kriegt man dann oft seitens der Hedge Funds von Morgan Stanley schon Aktien, bevor es dann wirklich zum IPO kommt. Man profitiert also sehr, sehr stark von Morgan Stanley seitens der Hedge Funds. Und jetzt hat man sich dann bei Morgan Stanley gesagt, ja, dann rufen wir die Jungs mal an von den Hedge Funds und hat ihnen gesagt, ja, das sind hier Stücke eines in Not geratenen Hedge Funds. Ihr könnt dazu beitragen, den zu retten. Da haben die gesagt, okay, das machen wir mal. Das wird schon sicherlich ein gutes Geschäftchen werden, was Morgan Stanley den Hedge Funds nicht gesagt hat, ist, dass sie die Ersten sind, die hier abverkaufen und andere noch massive Positionen haben. Das wusste Morgan Stanley, denn die Banken haben sich getroffen, haben Vertreter entsandt, die sich besprochen haben, wie kriegen wir das Problem vom Tisch. Und so ist es eben gekommen, wie es gekommen ist. Es sind zwei sitzen geblieben, die Credit Suisse mit einem Verlust von 4,7 Milliarden Dollar und Nomura, wissen wir noch nicht genau, wie viel Milliarden da Verlust ist. Goldman Sachs, Morgan Stanley, die sind aus der ganzen Geschichte wunderbar rausgekommen. Also auch das ist ein typisches Phänomen. Wir haben dann solche Kapitalmarktkrisen, die entstehen durch Überhebelungen, indem die Risiken in diesem Spätkapitalismus, der durch die Notenbanken manipuliert ist, und die Märkte, die durch die Notenbanken manipuliert sind, grundsätzlich komplett verzerrt ist, wo eben Exzesse der Fall sind, die letztendlich auf das Handeln der Autoritäten zurückzuführen sind. Und das ist sicherlich nur die Spitze des Eisbergs, wie Maynard von Guggenheim hier sagt. Wir haben nur praktisch die absolute Spitze des Eisbergs gesehen. Keiner glaubte wirklich, dass Archegos die einzige Institution war, die einzige Firma war, die wirklich so agiert hat. Wie gesagt, Cathie Wood, alle, die im Hedgefund-Bereich sind, da werden Risiken schlummern, die wir noch gar nicht kennen. Ab und zu explodiert eine solche Firma und dann wird das irgendwie geregelt und dann läuft das Spiel erstmal weiter. Die Frage ist, wann explodiert dann mal ein etwas größeres Ding. Und hier sieht es ähnlich Rubini, Nobelpreisträger, der sagt, Lots of players have taken too much leverage and too much risk, and some of them are going to blow up. Ja, es ist immer so, dass wer zu viele Risiken auf sich nimmt, fast immer in die Luft fliegt. Hebel ist schön, wenn es funktioniert, aber unschön, wenn es eben nicht mehr funktioniert. Und das sind also hier Exzesse, die wir sehen. Wir haben jetzt die Spitze dieser Exzesse mit Archegos gesehen. Sie sind ein typisches Beispiel von Märkten, an denen scheinbar nichts schief gehen kann. Es ist ein Phänomen des Spätkapitalismus. Wir sehen jetzt, wenn wir zu den Märkten insgesamt kommen, dass die Renditen zurückgegangen sind, der US-Staatsanleihen. Und wir sehen auch, dass der Dollar schwächer geworden ist. Aber warum sind die Renditen zurückgegangen in den USA? Nun, der plausibelste Grund ist der, dass die Zweifel wachsen, dass Joe Biden sein Infrastrukturprogramm durchbringen wird. Es gibt Widerstand innerhalb der Demokraten sogar schon. Die Republikaner sind eh dagegen sehr. Das alles verkompliziert die Geschichte. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Programm kommt, wird immer geringer. Viele aus der Wirtschaft wenden sich dagegen. Amazon hat jetzt zum Beispiel gesagt, wir sind aber dafür. Wir sind auch bereit, dann eben eine höhere Unternehmenssteuer zu ertragen. Mal sehen, wer sich hier durchsetzen wird. Das ist jedenfalls das Thema. Wir sehen rückläufige Renditen für Staatsanleihen, für US-Staatsanleihen. Und wenn Sie mal den DAX mit den 10-jährigen US-Staatsanleihen-Renditen vergleichen, dann sehen Sie, da gibt es einen gewissen Zusammenhang. Der DAX steigt. Normalerweise werden die Renditen steigen und er fällt, wenn die Renditen fallen in den USA. Warum auch immer. Es ist eben so, dass diese ganzen Value-Geschichten, die im DAX ja überrepräsentiert sind, im Prinzip weniger sensitiv sind normalerweise als die Tech-Werte. Wobei es eben anfangs oder in den letzten Wochen lange so war, dass Renditen gestiegen sind. Dann ist der Nasdaq gefallen. Dann sind die Renditen weiter gestiegen. Der Nasdaq hat sich nicht dafür interessiert. Also diese Beziehung hat sich etwas entkoppelt. Aber wichtig, es ist der Zweifel da, dass dieses Infrastrukturprogramm durchkommt. Dabei gäbe es jede Menge Bedarf. Hier sehen wir mal, in den USA gibt es ungefähr 45.000 Brücken alleine, die schadhaft sind oder die Probleme verursachen. Allein in diesem winzigen Bundesstaat Iowa sind es 4.500, also gut 10% der Problembrücken. Hier 20% der Brücken oder 19% aller Brücken, da sind alleine in Iowa sozusagen fast 4.600 defekt. In anderen Bundesstaaten ist es weniger schlimm, aber wir sehen, es gibt einen Riesenbedarf an dieser Modernisierung der Infrastruktur. Aber es wird wie immer viel, viel komplizierter. Das zeichnet sich jetzt bereits ab. Wenn wir uns die Indizes mal anschauen, wirklich absoluter Langweilertag, Unentschlossenheit. Was sollen wir tun? Ist das nicht schon ein bisschen zu heiß gelaufen? Wie weit kann die Rallye noch gehen? Eigentlich sind ja alle super optimistisch. Der S&P gestern minus 0,1%. Wir sehen Small Caps, leichte Minus. Nasdaq, leichte Minus. Nicht wirklich etwas passiert. Auffallend gestern, es gab mehr Aktien, die gestiegen sind als gefallen sind. Vorgestern hatten wir eine massive Rallye. Aber es war so, dass die Zahl der Aktien, die gestiegen sind, in Relation zur Zahl der Aktien, die gefallen sind, nicht so toll war. Wenn wir uns mal anschauen, welche Sektoren gut laufen, sehen wir Utilities, Versorger, defensive Sektor vorne. Consumer Staples vorne. Defensiver Sektor, Real Estate vorne. Auch ein defensiver Sektor. Healthcare und Technology am Ende mit Energie. Aber wirklich keine großen Verluste hier zu verzeichnen. Insgesamt von diesen elf Sektoren sind jetzt zehn überkauft. Zwei extrem überkauft. Nämlich Consumer Staples, Defensiv und Real Estate. Der einzige Sektor, der jetzt derzeit nicht überkauft ist, by the way, ist Energie. Nachdem es ja vorgestern mit dem Ölpreis ein bisschen nach unten gegangen war. Schauen wir uns mal den S&P 500 und die New York Advance, die Kleinlinie an. Also die Anzahl der Aktien, die steigen in Relation zu den Aktien, die fallen. Da sehen wir, die Geschichte geht nach unten. Es ist also nicht wirklich eine breit getragene Rallye, die wir hier sehen. Und seit dem 5. April geht der S&P, den wir hier unten sehen, im Prinzip seitwärts. Da ist also Unentschlossenheit, Unentschiedenheit. Wir haben ein großes Gap gemacht und dann tanzelt man so vor sich hin ohne klare Richtungsentscheidung. Das könnte sich bald ändern. Hier schauen wir mal eine Grafik eines Hedgefonds, der hier sagt, okay, 4.130 würde eigentlich ein optimales Ziel für den S&P 500 erstmal präsentieren. Es wäre das 61.8er Retracement des gesamten Zusammenbruchs im Jahr 2020. Also dieser Februar-März-Crash, den wir da gesehen haben. Es wird jetzt so immer ein bisschen schwieriger, hat man das Gefühl. Die Luft wird jedoch reichlich dünner. Das gilt auch für den DAX. Es ist nicht so, dass sich jetzt ein Abverkauf unbedingt zwingend ankündigt. Aber es ist eben auch so, dass jetzt kurzfristig, zumindest im kürzeren Zeitfenster, wohl die Rallye schon weitgehend stattgefunden hat. Da dürfte nicht mehr wahnsinnig viel drin sein. Und wenn wir uns mal anschauen, wir haben eine extreme Parallele jetzt dazu. In den Jahren, das wäre ich bei einer Frau Sitten übergekippt, gell, vor lauter Begeisterung. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir haben jetzt fast dieselbe Situation im S&P 500 wie in den Jahren 2009, 2010. Wirklich sehr, sehr auffällige Muster. Möglicherweise sehen wir dann noch einen Top. Dann kommt eine Korrektur, so wie das eben dann auch in 2010 gewesen ist. Was könnte diese Korrektur auslösen? Nun ja, vielleicht die US-Berichtssaison, die in zwei Wochen beginnt. Wenn man sieht, dass möglicherweise die Margen geringer geworden sind, die Margen relativ schlecht sind, weil die Unternehmen eben sehr hohe Kosten haben, die sie nicht komplett weitergeben können. Gleichwohl, der IWF, ich hatte es gestern schon in dem Markeflüster gesagt, ist optimistisch. Man nimmt die Schätzungen nach oben, eben aufgrund Impfungen etc. etc. Da sieht man jetzt, Weltwirtschaft 6% wachsen statt vorher 5,5%. Hat auch für 2022 die Prognose nach oben genommen. Aber es ist eben so, dass dieses Wachstum in Deutschland wenig stattfinden wird, in Europa wenig stattfinden wird. Ich hatte hier gestern diese Grafik schon gezeigt. Seit Anfang Januar ist die Lücke zwischen US-Wachstum und dem Wachstum in Deutschland extrem geworden. Natürlich, die Amerikaner haben alles mit Geld zugeschissen, auf Deutsch gesagt, was zu zu scheißen war. Da hat man Helikoptergeld verteilt, nimmt die Schulden auf. Die Frage ist, wer zahlt diese Schulden, wer wird diese Schulden bedienen oder wird man es weitermachen wie bisher, dass man das Ganze letztendlich in die immer weitere Zukunft verschiebt, Zahlungsversprechen in die immer fernere Zukunft verschiebt, bis einer mal sagt, ich möchte aber jetzt mein Geld haben. Jedenfalls hängt es eben auch mit dem besseren Krisenmanagement dann zusammen in der zweiten und dritten Corona-Welle. In der ersten Welle sahen wir besser aus, sind die Amerikaner nicht gut aus. Jetzt hat sich das ein bisschen umgekehrt, könnte aber besser werden, wenn jetzt die Hausärzte endlich impfen. Wenn viel mehr Impfstoff jetzt auf den Markt kommt, dann dürfte das Ganze vielleicht ein bisschen besser werden. Aber die Vermutung ist, dass wir jetzt erst mal eine Art Boom erleben, der dann aber schnell wieder nachlässt, eben weil die Leute jetzt so bestimmte Nachholbedürfnisse haben. Die sind schnell befriedigt und dann wird es wieder etwas schwieriger. Jetzt schlägt man vor, das ist ein interessanter und guter Vorschlag von Janet Yellen. Lass uns doch eine Art Mindestunternehmensbesteuerung einführen von 21 Prozent. Die Amerikaner diskutieren ja jetzt eine Anhebung auf 28 Prozent oder Biden will das, derzeit 21 Prozent. Deswegen sagte Yellen, ja, könnten wir doch als Mindeststandard festsetzen. Sven Giegold von den Grünen findet das richtig gut und das wäre natürlich auch ein Rezept, dass zum Beispiel Länder wie Irland nicht einseitig davon profitieren, dass sie eben Steuerdumping betreiben. Das sollte schon nach fairen Regeln zugehen. Das kann man, glaube ich, vorbehaltlos unterstützen. Insgesamt jetzt eine schon andere Haltung in Sachen US-Politik zu Notenbanken. Wir wissen ja, dass Donald Trump gelegentlich Paul und die Fed kritisiert hat. Biden hat jetzt nochmal klargemacht, dass er sich da nicht einmischen wird. Ich werde hier nicht das tun, was die letzte Administration gemacht hat und der Fed sagen, was sie tun sollte oder was sie nicht tun sollte. Die Fed ist eine unabhängige Organisation, so hat Joe Biden gesagt. Ja, mal gucken, aber bisher hält er sich jedenfalls daran. Und insgesamt, um hier nochmal auf diesen Nachfrageschub zu kommen, diese Nachholeffekte, hier sehen wir aus den USA Berichte, die sagen, im Service-Sektor ist es fast schon so, dass die Angestellten oder die zukünftigen potenziellen Angestellten mit den Arbeitgebern Interviews führen und nicht umgekehrt. Denn sie wissen, die brauchen jetzt unbedingt Leute, wo die Wirtschaft weitgehend wieder offen ist. Und das könnte hier auch in Deutschland der Fall sein, in Europa der Fall sein, wenn diese ganze Corona-Geschichte nachlassen sollte, dass dann Arbeitskräfte gebraucht werden. Diese dringend benötigten Arbeitskräfte haben eine andere Verhandlungsposition, was die Löhne betrifft. Das wiederum hat Einfluss auf die Inflationsentwicklung. Das wiederum dürfte bedeuten, dass wir möglicherweise eben nicht Inflation eigentlich bekommen, sondern Stagflation. Also die Wirtschaft dann nicht mehr wirklich wächst, aber dennoch die Geldwertstabilität sich ins Negative neigt, um es mal so zu formulieren. Das wäre das unschöne Szenario. Der Spätkapitalismus ist keine gute Zeit für die Aktienmärkte, davon bin ich relativ überzeugt. Die Einflüsse des Staates werden immer weitergehen, werden immer weitere Begrenzungen erlassen, immer weitere Maßgaben setzen. Es wird sicherlich so sein, dass dann zum Beispiel, wenn viele Menschen keine Arbeit mehr finden werden, die aufgrund Qualifikationen oder warum auch immer es eben nicht schaffen, sich wieder in den Prozess einzumändeln, dass die dann vom Staat subventioniert werden. Der Staat aber dann zum Beispiel Vermieter sagt, ja, du kannst, wenn du jetzt Vermieter bist, garantieren wir die Miete, aber du kannst eben die Miete nicht anheben. Das sind so Erscheinungen, die sehr wahrscheinlich sind, die wahrscheinlich auf uns zukommen. Wir sollten versuchen dagegen zu steuern, den Einfluss des Staates nicht ausufern zu lassen, sondern freies Unternehmertum zu fördern, um letztendlich wieder Aktivität, Wirtschaftsaktivität zu fördern. Es wird weniger Selbstständige geben. Erstmal, wir haben wenig Anreize oder wir setzen wenig Anreize, dass die Leute in die Selbstständigkeit gehen. Die schlüpfen lieber in Konzernen unter, wo man dann oder im öffentlichen Dienst oder als Beamte, wo man wenig Risiko hat und viel zu gewinnen hat. Die Corona-Krise hat es ja gezeigt, diejenigen, die im öffentlichen Dienst irgendwie sind, die haben überhaupt keinen Stress. Diejenigen, die was gewagt haben, etwas auf die Beine gestellt haben, die haben Stress. Das werden sich viele Leute merken. Das ist die ungute Lektion des Spätkapitalismus. Deswegen werden die Leute eben sagen, ja, das wollen wir. Der Staat soll ein Nanny-Staat sein. Deswegen werden sie wahrscheinlich auch die entsprechenden Parteien wählen. Und das wird bedeuten, weniger Wachstum und dadurch noch mehr Notwendigkeit, dass der Staat vielen Menschen hilft. Und so ist das ein Teufelskreis, der sich wahrscheinlich dann weiter spulen wird. Die Aktienmärkte, nun ja, wir sind in einer schwierigen Seitwärtsphase, wahrscheinlich rauf, runter, rauf, runter, nachdem wir mit Gaps nach oben gekommen sind. Mal sehen, ob heute etwas mehr passiert ist. War gestern schon ziemlich langweilig. Hoffentlich heute mehr Action. Bis dann, Servus und Ciao. Servus und Ciao. Vielen Dank.